Griesbach. Sie sorgt für die Musik und begleitet die Prozession nach dem Kirchgang. Tommy Klinghammer war mit dem Landesschau-Mobil mit dabei und bei der Gelegenheit wollte er auch etwas über die Geschichte der Bürgermiliz erfahren. Feierliche Prozession in Petersthal-Griesbach zu Ehren der Kirchenväter Petrus und Paulus. Mit dabei ist die historische Bürgermiliz in der Rennchtäler-Bauerntracht. Am Peter-und-Paulstag mitzumarschieren ist eine Ehre für die mehr als 100 Männer. Seit 1870 begleiten sie die Gemeinde bei Kirchenfesten. Wie aufwendig die Trachten gearbeitet sind, sieht man erst aus der Nähe. Was für ein schöner Hut. Herrliche Arbeit. Und es ist dann wieder typisch, die Frauen müssen dafür sorgen, dass die Männer von der Bürgermiliz recht dekorativ sind. Frau Huber, was machen Sie gerade? Also wir binden jetzt gerade einen Federbusch für den Hut. Und es ist... Das ist eine Fummelarbeit, ne? Das ist eine Fummelarbeit, ja. Das sind Gänsefedern und die sind jetzt eingefärbt in Rot. Und es gibt jetzt einen Musiker-Federbusch, oben Rot und unten Weiß. Das ist typisch Rennchtal. Wir arbeiten noch Vorlagen, weil es ist genau festgelegt, wie viele Perlen die Anzahl, was für Farben von der Perlen, wie viele Rote, wie viele Grüne, wie viele Silberne. Wenn man dann jetzt wieder hierher ist, dann müssen wir uns selber wieder nachschauen. Was buchen wir jetzt genau, ja. Was für Aufgaben hatte die Miliz? Früher haben sie sicherlich auch eine gewisse Schutzfunktion gehabt, denn unser enges Tal mit den Seitentälern, die entlegenen Höfe sind natürlich immer gerne von Plünderer und von Wegelagerern besucht worden. Und wir waren natürlich hier schlimmen Zeiten ausgesetzt. 1689 war ein Marsch der Franzosen und haben auch Oberkirche zusammen mit dem ganzen Rennchtal zerstört. Hatten die auch eine politische Funktion? Politische Funktion haben sie sicher nicht gehabt. Es ist jedenfalls nicht bekannt. Herr Spinner, wenn man so eine Tracht trägt, ist da ein bisschen Stolz dabei? Die trägt man sicher mit Stolz, als Peters Täler, ja. Weil es gibt halt wenige, die sie tragen. Das sind nur die Vereinsmitglieder. Die Tracht, die Eigentum von der Gemeinde, die gehört also nicht jedem dem Träger selber. Das ist schon ein bisschen Stolz. Kriegen Sie auch Leute, die gerne mitmachen? Ja, also ich muss sagen, wir, also gerade von den Gewehrzügen, wir haben 52 Gewehre und 48 sind verteilt an die Schützen. Also wir haben kein Problem eigentlich mit dem Nachwuchs. So ganz Junge kommen eh nicht zu uns. Wir haben möchte so die ab 30, weil die können dann auch arbeiten an Peter und Paul. Die Auftritte der Bürgermiliz bei religiösen Anlässen hat ihnen im Volksmund den Beinamen Herrgottssoldaten eingebracht. Repräsentative Aufgaben übernimmt die Miliz seit mehr als 140 Jahren. 1871 wurde Zar Alexander II. und einige Jahre später Kaiser Wilhelm I. bei ihrem Besuch in Petersthal von der Truppe bewacht. Heute ist die Peter und Paul Prozession eines der wichtigsten Ereignisse im Kalender. Warum machen Sie bei der Bürgermiliz mit? Bürgermiliz ist Tradition. Tradition gehört zu Petersthal und deswegen ganz einfach Bürgermiliz, ja. Für mich persönlich ist es auch der Halt von Brauchtum und Tradition, auch die Wurzeln in der Gemeinde und zu unserer Kultur. Da müssen wir dabei sein. Und wenn wir schon im Verein, schon richtig. Zum Abschluss der offiziellen Feierlichkeit gehören bei der Bürgermiliz natürlich ein paar kräftige Salutschüsse dazu. Feuer! So, und übrigens, ich bin Ihnen ja noch schuldig, den Gewinner vom Landesschau Mobil. Das ist in der letzten Woche gewesen, Brigitte Dürrwang aus Böblingen. Herzlich viel Spaß damit. Morgen gibt es ja übrigens auch wieder ein Landesschau Mobil und die Landesschau Kultur natürlich aus Bad Wildbad. Das war es von uns für diese Woche. Jetzt geht es weiter mit Dieter Fritz und Landesschau Aktuell.